Hallo Freunde, bis zum nächsten Mal, Herr Pader, Paul, Teamcoach und so weiter und so fort. Erstmal wünsche ich euch einen schönen 1. Mai. Ich hoffe, ihr geht ordentlich demonstrieren. Nein, Spaß. Nein, das hast du ja nur ironisch gemeint. Okay, früher in Hamburg konnte man ja gar nicht in die Schanze gehen. Am ersten Mal war ja immer, wo die ganze, was war das denn, ein paar Jahre ist das ja, da haben die wirklich die ganze Schanze abgebrochen und Geldautomaten rausgerissen. Und ja, so ist das heutzutage, macht ja alles Spaß. Heute reden wir mal darüber, warum manchmal innere Kinderarbeit, was an sich nichts Schlechtes ist, ganz klar, die haben Beziehungssachen überhaupt nicht weiterhelfen, beziehungsweise eigentlich dich behindert. Eigene Sache kurz noch, das wird jetzt auch in weitere Stores ausgeliefert, was es da noch alles gibt, Apple Stores, Google Stores, was weiß ich. Und dann haben wir noch einen ganzen, ich habe noch hiervon was bekommen, Neue Dimension der Liebe als Lesung, Audiobuch, für einen Zehner verkaufen, was überhaupt Interesse besteht, dann einfach mal schreiben, vielleicht machen wir das einfach so oder setzen nicht jetzt nochmal einen kleinen Zahlungslink auf oder irgendwie sowas. Sag mir einfach mal Bescheid, wer sich dafür interessiert. Genau, ja, Thema, ja, habe ich auch einfach ein bisschen aktuell in meinem Bekanntenkreis mal wieder das Thema gehört, dass Menschen so in schwierigen Beziehungen stecken, das ist auch ganz allgemein, man muss ja auch nicht immer gleich einen Bösen suchen und was weiß ich, aber ja, die ihnen nicht gut tun oder die vielleicht irgendwas richtigerweise auch, wo man vielleicht zu dem Punkt kommt, ja, die reinszenieren irgendwas, was ich kenne so, ne. Also zum Beispiel, du hast einen emotional nicht verfügbaren Partner und läufst dir die ganze Zeit hinterher und du spürst dann diesen Schmerz und reagierst oder nimmst auch richtig wahr, ja, das ist mein inneres Kind irgendwie, weil mein inneres Kind hatte auch schon, Papi war schon nicht da, Mami hat mich zu spät aus dem Kindergarten abgeholt, Papi war nicht mit mir, Fußball gespielt und deswegen spüre ich jetzt heute noch so diesen Schmerz, wenn mein Partner mich nicht beachtet irgendwie so, ne. Völlig korrekt, ist auch nichts falsch dran und ist auch ein Signal vom Universum, sich darum zu kümmern. Also deswegen ist es ein bisschen provokanter Titel, natürlich kann es da einen Sinn machen. Und das ist der springende Punkt jetzt, unabhängig von der Beziehung zu sagen, ja, da muss ich mich wohl mal drum kümmern, so, ne, so. Aber wenn du das jetzt im Kontext der Beziehung, also vielleicht einer toxischen Beziehung so angehst, da machst du meiner Ansicht nach einen Riesenfehler und das führt, hab das früher auch gemacht, führt komplett in die Irre. Also stellst fest, oh, ich bin ja so verlustängstig in dieser Beziehung und ich kann ja nicht immer nur an meinem Partner rummeckern, dass der mich Gaslighting, Future faked, schlecht behandelt, was weiß ich, was er alles macht, sondern, oh, ich muss ja auch an mir, also es ist ja auch immer so, dass dann die Pluspole kommen immer auf die glorreiche Idee, der andere braucht ja gar nicht an sich arbeiten, macht er ja eh nicht, muss ich das jetzt doppelt machen, da gibt es ja auch so ganze Konstrukte in dieser Seelenpartner-Community mit, ich bin der Frontrunner und ich mache jetzt hier die Arbeit, was übrigens auch ein sehr narzisstischer Gedanke ist, ich mache jetzt hier die Arbeit für uns beide und erlöse uns beide und irgendwann kommt dann der Partner, er wacht plötzlich morgens und ja, ich habe ja schon immer die Ingrid geliebt und ja, natürlich und danke, dass du die Arbeit für uns beide gemacht hast, was natürlich nie passieren wird, aber gut, ja, man denkt dann so, ja, ich löse jetzt auch meine Themen auf und arbeite an meiner Verlustangst, ja, was ist der große Irrtum? Könnt ihr mal überlegen, könnt ihr das Video mal stoppen hier, was ist der große Irrtum? Ja, der große Irrtum ist, dass es nichts bringt, du kannst gar nicht so schnell an dir arbeiten, wie es in einer destruktiven oder toxischen Beziehung dir immer schlechter geht, das funktioniert einfach nicht, weil, also du musst dir vorstellen, da wird, was ja auch irgendwie was Gutes hat, die Pflaster werden von deinen Wunden gerissen, die liegen da offen, so, dann fängst du an, äh, ja, machen wir mal irgendwie drei Atome Beta Isidona drauf, ne, oder desinfizieren wir mal ein bisschen und legen mal einen neuen Verband drum, so, dann kommt deine toxische Beziehung wieder, reißt den Scheiß wieder ab, ne, und streut irgendwie noch, ähm, weiß ich nicht, Cayenne-Pfeffer rein und, äh, spuckt nochmal rein, was weiß ich, da fängst du wieder an, ja, dann machen wir doch mal einen neuen Verband drum, ne, ähm, also du kannst, oder um es mal psychologisch zu sagen, du kannst, äh, so viel Trigger wieder entstehen in diesen Beziehungen kannst du gar nicht mit, äh, innerer Kindarbeit, äh, aufarbeiten, so. Wie gesagt, wenn du das jetzt getrennt siehst und sagst, okay, da muss ich mal was machen und das mache ich jetzt für mich, wunderbar, ne, aber in deiner Beziehung wird dir das gar nichts weiterhelfen, ne, es sei denn, wie gesagt, wir reden jetzt über normale Beziehungen, äh, hier geht's ja auch viel um normale Beziehungen und du sagst dir, hey, ja, äh, da, ähm, stimmt, ähm, da hab ich eine doofe Angewohnheit, muss ich mal mehr arbeiten, kannst du natürlich auch innerer Kindarbeit machen, alles wunderbar, irgendwie, ne, also das machst du für dich, das machst du aber nicht unbedingt für deine Beziehung, weil das ist, was ich mal wieder sage, so die, wenn du Erfolg haben willst in deiner Beziehung, gibt's einen kürzeren Weg, ne, und das ist der Liebeschiffweg meiner Ansicht nach der kürzere Weg, wo du nicht so ein Umweg gehst, oh, ich arbeite jetzt mal an meinem inneren Kind, sondern du sagst, hey, ich, ich hab ja auch so Sachen da drin, aber, nee, ich geh direkt drauf zu, indem ich zum Beispiel sage, Chance und Deerbreaker, äh, sorry, das ist nix für mich hier, ne, das tut mir, sorry, egal, wie mein inneres Kind ist, ist einfach scheiße, was hier passiert, ne, und, ähm, hast aber dann auf dein inneres Kind oder deine Psyche, hast du sozusagen noch obendrein einen positiven Effekt, weil durch diese, äh, Arbeit mit Standards und Deerbreaker, dann hast du direkt, äh, Steigerung von Selbstbewusstsein, ne, von Trennungskompetenz und so, aber es ist nicht schön, ich glaub, das stört auch manchmal meine Arbeit, das ist nicht, das wollen viele, die wollen es nicht hören, die wollen nicht die Wahrheit haben, also, was ich denke, was die Wahrheit ist, ähm, dass bestimmte Beziehungen einfach nicht funktionieren, da kannst du noch so, kannst du im Eck springen, äh, kannst, äh, weiß nicht, meditieren, innere Kindarbeit machen, äh, nee, es, äh, es funktioniert einfach nicht, ne, es gibt Beziehungen, die sind zum Tode geweiht, so, ne, und, äh, du kannst es zwar herauszögern und es ist auch nicht schlimm, man kann auch, äh, 10 Runden drehen, 20 Runden drehen, ich meine, wir kriegen ja eh ständig was Neues aufgetischt hier im Leben, von daher ist es auch egal, dann dauert es eben, dann machst du es eben dein ganzes Leben, aber es wird halt weiter wehtun, ne, aber wenn du drauf stehst, äh, machst du es halt weiter, ist total in Ordnung, so, ne, und ein anderer Punkt, der es, glaube ich, schwierig macht, selbst wenn es dir gelingt, dein inneres Kind zu heilen in so einer Beziehung, ne, wunderbar, wenn dir das gelingt, was meinst du denn, was passiert? Meinst du, dann könntest du so eine Scheißbeziehung besser ertragen? Nee, das ist das totale Gegenteil, je mehr dein inneres Kind heilt, umso mehr scheißt du auf destruktiv-toxische Beziehungen, umso weniger kannst du das aushalten, das sagen alle, die mit meinem Material gearbeitet haben, ich habe das auch erlebt, du hältst nicht mehr aus, du hältst weniger aus, ne, das heißt, du gehst noch, du gehst sowieso viel schneller aus Sachen raus, die dir nicht gut tun, ne, weil du einfach sagst, sorry, das Leben ist zu kurz, dafür braucht kein Mensch, es gibt vier Milliarden Männer, es gibt, wenn du, äh, bissexuell gibst, gibt es acht Milliarden Menschen, äh, und was noch, also kannst, äh, kannst glücklich Single sein, großartig, warum sollst du so eine Drecksbeziehung reinziehen, ne, und, äh, also von daher diese Idee, man könnte an irgendwas mit dem inneren Kind arbeiten, um dann beschissene Beziehungen besser aushalten zu können, wofür, da kannst du ja auch, kannst du ja auch gleich, äh, Drogen reinpfeifen den ganzen Tag, da brauchst du, da brauchst du keinen Partner dafür, das kannst du dann auch direkt machen, so, ne, ist natürlich jetzt kein Aufruf dazu, aber, ähm, ja, ist wie es ist, ne, genau, ähm, gestern hab ich euch erzählt, nochmal kurz in eigener Sache, dann beenden wir das hier mal, äh, hab ja gesagt, ich mach keine Reaction-Videos mehr auf, äh, Content von RTL und solchen Geschichten, äh, würden wir auch weiter auch nochmal eure Meinung noch zu interessieren, ob ihr das schade findet oder nicht schade findet, weil ich hab das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, sind da auch, gab's dann kommunikativen Austausch, deswegen, das ist für mich auch das Gleiche im geschäftlichen Bereich, den ich persönlich nicht gut fand, irgendwie so, und, äh, ich glaub, andere YouTuber auch nicht, was ich so gehört hab, gar nicht gut fanden, und, äh, deswegen hab ich gesagt, Leute, ähm, nee, das muss ein Geben und Nehmen sein, mach ich nicht, findest du ja schade, findest du ja okay, ich kann natürlich trotzdem, wenn mal jetzt irgendwie im Sommerhaus wieder irgendwie total Drama ist, kann ich auch mal ohne Videomaterial drauf reagieren, dann müsst ihr mir das sagen, aber ansonsten haben wir ja auch, ich mach weiterhin gerne Reaction-Content, ich meine, es hat heute mal jemand geschickt, Bauer sucht Frau international, das bringt jetzt nichts, das ist auch beim anderen Sender, ist das auch nicht besser so, das RTL hat, hatte da eigentlich ein ganz gutes, ähm, Prozedere, aber, ähm, jetzt scheinbar nicht mehr, und, äh, also das leider jetzt auf Content von Netflix oder Sat.1 oder sonst was, äh, ich weiß gar nicht, was läuft, zu reagieren, macht es leider auch nicht leichter, äh, weil dann gibt es wieder andere Probleme, so, ist ja auch egal, es sind deren Bildrechte, und die können ja letzten Endes auch damit machen, was sie wollen, also insofern, aber ich mach weiter gerne Reaction, schickt mir Instagram-Stories, äh, Zeitungsberichte, YouTube-Videos, das geht alles in aller Regel wunderbar, ähm, aber eben dieser, ähm, Content aus Reality-Shows, vielleicht ist es auch, hab ich ja gestern schon gesagt, ein Zeichen vom Universum, dass man es auch einfach mal lassen sollte, es ist ja, haben auch viele immer gesagt, so hoch schwingend ist es ja auch nicht, und, ähm, ja, es vielleicht püttert vielleicht auch einfach, äh, muss ich vielleicht auch zugeben, zu sehr das, äh, Drama-Gehirn ist, man sieht da ja auch keine konstruktiven, ähm, Lösungen, sondern immer nur neues Drama, und man sieht ja auch, das haben auch glaube ich schon andere YouTuber gesagt, man sieht ja auch, ähm, dass, dass sich das irgendwie totläuft, also das hab ich glaube ich gestern bei Onion Dog gesehen, ich hab das Video gar nicht gesehen, nur den Titel, aber, ähm, so Thema, deshalb funktioniert, ähm, Temptation Island nicht mehr, ähm, wenn euch das alles nicht interessiert, stoppt das Video hier, aber ich erzähl das mal kurz noch zu Ende, äh, deswegen funktioniert Temptation Island nicht mehr, ich vermute mal, dass er da gesagt haben wird, ähm, ja, guckt euch mal ein ganz altes Temptation Island an, da sind, klar, die Leute wollen ins Fernsehen, ist ja auch völlig in Ordnung, aber das, das sind Leute, die, die kommen nicht schon direkt, äh, aus Social Media, wo die ja überhaupt keinen Anreiz haben, mit Leuten zusammen zu bleiben, weil je mehr Partner, die durchziehen, umso mehr Klicks und Reichweite, ne, also, das macht ja insofern schon keinen, keinen Sinn, aber das war früher ein ganz anderes Format, das ist viel langsamer gelaufen, hat sich langsamer entwickelt, man sieht da vielleicht auch mehr echte, Beziehungssachen, und heute wissen ja alle schon, was da passiert, Rudelsaufen und Rudel, ähm, Knickknack irgendwie, und, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass da ernsthaft Leute reingehen mit, ich will meine Beziehung testen, sondern es hat sich halt, wie das halt so ist, diese Sachen sehen wir auch in der ganzen Gesellschaft, das entartet dann halt, wird immer schlimmer, äh, es wird immer mehr gesoffen, es wird, äh, immer mehr davon, ist auch, auch so ganz sowieso scheißegal, jetzt für die, für die Bilder, äh, von RTL, ähm, ja, dann, äh, nehme ich eben irgendeine Verführerin durch, ist so scheißegal, es ist auch schwierig dann, es läuft sich auch irgendwie dann tot, weil es, wenn man einfach nur noch Leuten beim, bei 3D-Späßen wie, äh, Saufen, Fremdgehen und so zuguckt, das ist auch irgendwie, weiß ich, ich finde, also, wie gesagt, ich gucke es ja durchaus ganz gern, aber irgendwie, äh, so Temptation Island haben wir zum Beispiel jetzt, auch nicht mehr zu Ende geguckt, weil es einfach, weiß nicht, irgendwie brauchen wir auch mal was in der Gesellschaft, das ist ja auch überall, ähm, dass man das Gefühl hat, weiß nicht, die Leute versumpften irgendwie so, und wir brauchen irgendwann mal, aber die Gesellschaft gibt das gerade nicht her, immer so ein, so ein, ähm, Gegenimpuls, habe ich ja auch hier, neue Dimensionen der Liebe, was ich eben gezeigt habe, habe ich das ja auch beschrieben, aber scheinbar, weiß nicht, irgendwie will die Gesellschaft scheinbar noch weiter rumsumpfen, keine Ahnung, wie seht ihr das? Äh, ich wollte auch nochmal Danke sagen, an dieser Stelle für die eifrigen, Leute, die mich immer wieder unterstützen mit Kanalmitgliedschaften, also, danke an euch, ich weiß, das ist eine kleine Gruppe, aber freue ich mich sehr drüber, also, ich freue mich auch sehr, wenn ihr den kostenlosen Content hier, äh, unterstützt, ohne eure Unterstützung geht's nicht, also, lasst mir gerne mal Kanalmitgliedschaft da, und wenn das nicht, äh, ein Abo, ein Kommentar, äh, oder auch so ein super Like, oder irgendwie sowas, ähm, freue ich mich sehr, und unterstützt eure YouTuber, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, und vielleicht sehen wir uns auf der libysche Party in München, 14.06. Tickets auf meiner Webseite, und ciao. Tickets auf meiner Webseite. 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 Vielen Dank.